Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Das ist ja voll schön. Wirklich genial. Wie ich schon mehrfach betont habe, herrscht auf dieser Klassenfahrt absolutes Handyverbot. Alter, Nacht. Was ist mit Neuem? Ich bin der Herbergsvater. Herzlich willkommen auf Burg Steinbach. Der ist Herbergsvater? Wie findet ihr es? Fünf Sterne mindestens. Süß. Und er findet Frau Rose offensichtlich süß. Arme Herr Grünbaum. Falls jemand von euch trotzdem noch mal telefonieren muss. Okay, danke. Ja, das Angebot gilt. Ich bin Sabrina. Melli, was ist denn? Melli. Ich glaube, ich habe mein Grün vergessen. Ich beneide euch nicht in dem Alter. Erwachsen werden ist wirklich eine Katastrophe. Ich fürchte, ich habe es bis heute nicht geschafft. Niemand hat mich gefragt, ob ich überhaupt erwachsen werden will. Meier weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin. Du bist Sprotte, meine beste Freundin. Und Fred liebt dich. Er gehört zusammen. Okay, Sabrina, dann komm auf die Bühne und such dir aus, was du singen willst. Und da haben wir ihn. Applaus. Ich komm vorbei, wenn du mal wieder bei mir hängst. Bist du mir leid, dass ich mich nicht früher bei dir brenn. Was ist los? Meine Tage sind seit zwei Wochen überfällig. Sei froh, dass du keine Gerasse bist. 15 Monate Schwangerschaft. Das ist gar nichts gegen Elefanten. 22 Monate, das sind fast zwei Jahre. Wir wollen einen Schwangerschaftstest. Für alle? Nein, einen. Für alle. Wir können es ja noch mal probieren. Der einzige Test, der funktioniert, ist, wenn man beim Küssen und Kribbeln auf der Haut spürt. Und kein Kribbeln, oder? Vielleicht ist es das, was wir lernen müssen, wenn wir erwachsen werden. Wir können nichts festhalten. Und vielleicht... Das ist echt sehr nett von dir, Oberhuhn. Ich bin nett. Muss man sich manchmal von jemandem trennen, um ihn wiederzufinden. Auf die wilden Hühner. Ich stehe mit Nutten am Pool. Was bitte was? Willst du Huren so und tu? Jam ist der Boss und zerfickt jede Kuh. Du Bastard. Mach die Musik aus, es ist mitten in der Nacht. Jam muss packen. Fährst du weg? Oh Gott, nochmal, du nimmst jetzt nicht die Penis-Tasche an. Peng. Dieses Jahr... Ich bin schwanger. Kommen die großen Ferien im März. Das ist doch die Schlampe, die mir die Mitferde gezeigt hat. Nämlich noch einmal Schlampe. Du kriegst von mir persönlich deinen Abschiebestempel. Und zwar zwischen deine Beine. Alter, was hast du gerade gesagt, Flamingo? Konstantin Film lädt ein zu purer Erholung im Paradies. Sie haben unsere Kinder gefunden. Wirklich? Wo sind sie? Alleine. Gestrandet. Sei stark, Kinder. Du bist die Einzige mit Abitur. Knüpfen sie neue Urlaubsbekanntschaften. Ich stütze mal einmal auf einer einsamen Insel ab und keine geile Frau dabei. Und genießen sie die Schönheit der Natur. Da ist ein Hai. In der Frauen ihre Gefühle entdecken. Juhu. Hast du dich beobachtet oder was? Ja, genau. Und Männer zu Helden werden. Ist das überhaupt gefährlich? Boah, soll ich wissen, ob das gefährlich ist? Habe ich Meeresbiologie studiert oder was? Ja, Cem, studieren sehe ich jetzt nicht so bei dir. Genießen sie unsere Luxushotels. Hoffentlich bin ich morgen für noch Jungfrau. Und die unzähligen kulturellen Angebote. Scheiße, das sind Kanibalen. In einem Film für die ganze... äh, Familie. Mit Tipps für die erste Liebe. Und für die späte Liebe. Süß, ne? Der Anna-Montana-Bikini war in der Wäsche oder was? Die coolste Patchwork-Familie Deutschlands kommt ins Kino. Höher. Schneller. Und breiter. Du kannst so gut küssen. Das ist meine Nase. Hm? Türkisch für Anfänger, der Film. Pack mal mein Klappwasser weg. Wofür brauchst du das? Falls die Mega uns abziehen. Ganz neu erzählt fürs Kino. Es war ein ganz normaler Dienstag. Nichts deutete darauf hin, dass Thomas Gottschalk an diesem Tag mein Leben verändern würde. Im Moment reden alle von Breakdance. Mr. Robot. Jetzt los. Sei schon. Das nennt sich Breakdance. Und wen das interessiert, der kann sich das jetzt auch im Kino anschauen. Es war nur eine Bewegung. Aber sie stellte alles auf den Kopf. So, Freunde. Wir machen das genauso wie in der Bronze. Weißt du was? Wir haben eine Krev gründen. So wie die Rockzellie-Krev. Das heißt nicht Krev. Das heißt Crew. Dann willst du das wissen. Oh, shit. Sie sind überall. Soll das heißen? Brechtanz. Die jungen Leute wollen sich aufdrücken. Ja, ja, ja. Individualisierung. Das kennen wir schon was. Sind Sie der Meinung, dass die Straße der richtige Ort ist zum Tanzen? Ja, wir tanzen diesen Tanz als Solidaritätsbekundung. Mit den Unterdrückten des kapitalistischen Systems. Freundschaft. Aha. Ich habe im Betrieb jetzt Klo-Dienst. Wie lange? So lange wie geschissen wird. Und weinst. Eee. Wir machen diesen Breakdance sozialistisch. Das ist eure Halle. Sozialistische Breakmusik. Scheiße. Für uns gab es plötzlich keine Grenzen mehr. Die DDR lag uns zu Füßen. Hier, du bist berühmt. Geht in die Kurse in den FDJ-Clubs. Das habe ich nicht gesagt. Du bist das richtigstellen. Wenn Sie mal Probleme mit der Disziplin in der Gruppe haben. Irgendwas finden wir bei jedem. Ich habe da Sachen aus Berlin gehört. Die batteln auf der Straße. Batteln. Das ist die Motorein, nicht weit. So oft wird der Körper das nicht mehr mitmachen. Konan Petersen. Das letzte Mal. Ja. Das letzte Mal. Ich bin dein Schatz. Und du bist mein Schatz. Ja. Hey. Spinnst du? Lass uns abkommen. Wenn wir zum Flughafen gehen, dann würde ich schon am Strand. Willi, das ist eine Insel, direkt am Meer. Ey, da ist ein Ausweis. Ihr könnt doch auch hier Urlaub machen. Und Ihre Eltern? Nein. Ihr Vater ist Arzt. Arzt. Frankfurt wurde gestern Abend ein junger Mann festgenommen. Und zwei mit Rezepten aus derselben Praxis. Haben Sie damit was zu tun? Doch im Urlaub wird wohl nix. Biss auch. Wie glücklich. Wie glücklich. Wie glücklich. Stan! Only for days of hell! Only for days of hell! Stanis! Bring deine Geschwister zur Schule. Das ist aber nicht unsere Schule. Wie, das ist nicht eure Schule? Das ist nicht unsere Schule. Sie sieht doch gar nicht so schlecht aus. Sucht euch eine Klasse, die passt. Abschluss macht ihr sowieso nicht. Schönen guten Tag, Personenkontrolle. Ich hätte gern... Abstand und Eigensicherung beachten. Schalten Sie das debile Gedudel ab! Wie wollt ihr, dass ich da einbreche? Der Alte bleibt bis morgen im Krankenhaus. Ist ja keiner da, ist ja quasi geschenkt. Vorschlag. Ich helf dir in deinem Porsche. Dann hilfst du mir mit den Zahlen, okay? Ja, also ich bin froh, dass Sie da sind. Als Pflege... Pflegekraft. Schollerte Palmenberg. Die Enkelin. Und Sie sind? Degenhardt. Degenhardt. Degenhardt hart. Wir sind eingeschneit. Scheiße! Ihr müsst mich hier raus holen, verdammt. Du kostest 10€. Ein bisschen bescheuert. Ich glaub wir kommen hier nicht wirklich weiter. Ich leg auf. Fix. Du kannst ihn übernehmen. Superham! Er hat noch Probleme beim Schlucken. Du kannst ihn dann unten im Bad waschen. Er riecht ein bisschen. Ich glaub, schon weg. Das war die Luft. Du atmest durch den Mund, das seh ich doch. Nee. Wo ist der Scheiß-Safe? Fuck! Du gibst dir so viel Mühe. Danke. Okay, zieh mich aus. Bitte? Mach dich mal locker, Jackie Chan. Degenhardt? Degenhardt? Was für ein Scheiß-Name. Ja! Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top-5-Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.